Hallo mein Name ist Justine. Hallo mein Name ist Gazala. Hallo mein Name ist Daru. Wir sind jetzt hier im Trepto-Park und hier kommen viele Menschen beim Sport machen oder spazieren oder joggen. Also ich finde der Trepto-Park ist ein schöner Platz. Man kann hier auch im Sommer hinkommen und wie ihr seht es gibt hier auch viele Boote. Da kann die Kamerafrau ja mal zeigen, kurz. So und hier sind auch voll viele Leute gerade. Joggen voll viele. Wir haben jetzt schon um die zehn Leute gesehen. Wir sind erst seit fünf Minuten hier und ja also der Trepto-Park ist ein sehr schöner Platz. Ich würde da hingehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Tourist bin oder so. Ja. Ich finde den Trepto-Park sehr schön. Am meisten am Sommer, dass man hier sich entspannen kann, zum Beispiel Enten füttern kann und wie ich da schon sagte, kann man hier sich auch Boote mieten, wenn man genug Geld hat und hier dann durch den See fahren. Also also ich würde auf jeden Fall in den Trepto-Park gehen. Auch sehr als Tourist, da man hier auch sich wie gesagt schön entspannen kann und hier spazieren und joggen kann. Also wie eben schon gesagt, wir sind am Trepto-Park und das ist einer meiner Lieblingsplätze hier in Berlin, da man eben direkt an der Spree ist und im Sommer ist es hier einfach unglaublich schön, um sich einfach irgendwo hinzusetzen, mit Freunden zu chillen und ja. 6-3-2-3. 7-3-3. Das war der Drepto-Park. Ja. Ja. Das war der Drepto-Park. Ja. Also wir sind gerade Cottbusser Tour, ich kenne mich hier sehr aus, also ich bin fast jeden Tag hier eigentlich, ist halt voll gechillt hier, so und ich sage nur so, wenn man jetzt zum Beispiel was zu essen möchte, sollte man hier herkommen. Es gibt hier viele Dönerläden und es gibt auch andere verschiedene Läden, türkisch, kurdisch, arabisch, alles vermischt. Hier Cottbusser Tour und Kreuzberg, so diese Gegend wird ja auch klein Istanbul genannt, keine Ahnung, ob ihr das wisst. Und ja, ich bin meistens hier in so meiner Freizeit mit Freunden, hier ist ganz gechillt, ja. Also wir sind jetzt gerade hier in Neuköllner Maybach-Ufer und ja, hier gibt es einen Türkenmarkt, an dem ich ziemlich oft und gerne einkaufen gehe, in dem. Jo Leute, jetzt sind wir in unserer letzte Station und hier ist auch der Victoria Park und wie ihr seht, dass es hier richtig schön ist. Und ich mag hier, ja. Ich war noch nicht im Victoria Park, aber ich finde den Victoria Park sehr schön und ich bin mir sicher, dass es für jeden, der hierher kommen möchte, auch Spaß machen wird. Hallo, ich fahre auch noch nicht im Victoria Park. Ich finde es hier ganz schön, man kann hier einen geilen Berg steigen, es wäre ja gerade da oben. Ja, da habe ich nicht zu sagen, der Park ist auch sehr schön, sehr grün. Und wir finden hier ganz toll. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.